Dann würde ich jetzt kommen an der Reihe. Danach EDJ Magdeburg, wenn ich jetzt soweit kein X übersehen habe. Ne, habe ich auch nicht. Die Frage, die sich mir immer gestellt hat, ist natürlich, okay, wir treffen uns irgendwo und sprechen über diese Dinge. Und wir müssen das natürlich so vielen wie möglichen ermöglichen, dort hinzukommen. Das ist dann natürlich auch für einige wahrscheinlich immer so eine finanzielle Sache. Ich weiß das ja nicht, wie das jetzt bei euch aussieht in den Camps, wie da so die Spendenstände sind. Also bei uns wäre das möglich, durchaus auch damit, sag ich mal, eine Organisation eines Transportes auch dahin, das ein bisschen mit zu finanzieren. Und sich daran quasi zu beteiligen, dass dann halt auch viele irgendwie die Möglichkeit haben, dort dann hinzukommen. Weil das ist ja super wichtig. Also wir wollen, denke ich mal, so viele wie möglich werden, die sich da jetzt treffen und kennenlernen und weitere Sachen besprechen. Und dafür müssen halt auch viele die Möglichkeit haben, dort hinzukommen. Das ist erstmal zu beachten, vielleicht auch zu dem Ort, zu der Findung des Ortes und vielleicht auch nochmal zu der finanziellen Seite. Also bei uns ist der Spendenstand halt so, dass wir das auch noch finanzieren könnten, auch vielleicht noch eventuell für andere mitfinanzieren könnten. Das müssen wir dann, auch das muss ich dann im Plenum halt abstimmen lassen, aber diese Möglichkeit gibt es. Also die steht da. Dann würde ich jetzt weitergehen mit Florian. Du kannst mittlerweile sprechen wieder. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst oder wo das Problem da liegt. Also er schätzt zweimal schon ein X gesetzt. Wir würden es ja gerne hören, aber... Hm. Sonst hören kannst du uns ja, aber du kannst nicht sprechen, richtig? Dann Push-to-Talk-Knopf. Dann bitte nochmal Konfiguration, Einstellung. Ich krieg's leider nicht hin. Ich kann leider kein Plus setzen. Es klappt nicht. Kein Plus inwiefern? Geh mit dem Cursor auf Occupy Deutschland hoch und klick den an. Ja, das mach ich ja. Und dann wieder unten ins Feld. Und dann... Und dann... Und dann... Nee, ändert sich nichts. Doch, da steht er im Plus. Mit meinem Namen? Ja. Mit deinem Namen, ja. Jo. Ah ja, bei mir im Chatfenster steht dann immer nur an Occupy Deutschland, oder... Wobei ich dir wieder heiße. Wobei ich dir wieder heiße. Das sind wir. So, ja, sorry. Nochmal zu deiner Info, weil du schreibst Gastron gleich Troll. Also nicht immer gleich Trolls, die ein bisschen Witze machen. Ist ja auch mal ganz schön. Ich kenn Gastron. Gastron ist kein Troll. Das dazu. Das nächste wollte ich nochmal eben kurz unterbrechen. Sorry. Und drum bitten, die drei Fragezeichen bitte auch nicht so inflationär benutzen. Jeder hat seine Art und Weise zu sprechen. Und wenn jemand drei Sätze länger redet, ich oder jemand anders, gibt auch noch andere, dann ist das so. Danke für die Geduld. Du meintest Ausrufezeichen. Genau, Ausrufezeichen. Ja, das hatte ich gemeint. Also das ist wirklich irgendwie, wenn einer mal zehn Minuten redet oder fünf, ja. Jeder ist anders. Dann nochmal zurückzukommen, um das Problem mit dem Florian zu klären. Also nochmal, ich hab's jetzt raus. Konfiguration, Einstellung. Und dann musst du auf Tastenkürzel gehen. Links. Also erweitert anschalten, wenn es nicht steht. Ich glaube, es steht auch so. Tastenkürzel und dann Push-to-Talk. Und dann kannst du dort die Push-to-Talk-Taste einstellen quasi. Mit der du sprechen möchtest. Empfiehlt sich hier die Alt- oder die Strong-Taste zu nehmen, da andere Tasten halt immer eingesetzt werden. Gut, dann Yasuri. Ich muss das, muss ich mich... Ja, Yasuri, du hattest ein Einwand. Jo, ich wollte mich bloß entschuldigen für den Troll-Vorwurf, beziehungsweise die Frage. Jo, alles klar, angenommen und Videotanale. Gut, also ich hab auch nichts dagegen, sich in einer kleineren Gruppe zu treffen. Es kann immer noch in, wirklich dann in einer größeren Gruppe zusammenlaufen. Mir ist es wichtig, Aktion und Widerstand. Das heißt also, mit Ideen kommen und nicht so viel über grundsätzliches sprechen. Haus der Demokratie, zum Beispiel in Berlin, könnte ich mich drum kümmern. Und für die Mitte Deutschland habe ich jetzt nichts anzubieten. Aber Haus der Demokratie würde ich mich kümmern, wenn der Zuspruch jetzt groß genug ist. Das könnte man ja miteinander verbinden. Also so, und auf dem Motto, also diese Ideen, vielleicht ist, also das ist vielleicht meine Vorstellung, sage ich mal von mir aus jetzt, dass wir auch dort auf diesen Vernetzungstreffen, sage ich mal, auch Ideen sammeln. Da treffen wir ja alle zusammen. Also wir hier in Deutschland, sage ich jetzt mal. So, und dann werden wir uns kennenlernen und dann können wir vielleicht Aktionen besprechen oder auch Ideen besprechen, wie wir wirklich mit dieser, man muss es ja wirklich sagen, etwas kleineren Gruppe hier in Deutschland nicht zu vergleichen mit anderen Ländern, wie man wirklich qualitativ wirklich, sage ich mal, die Medien, die Politik, die Wirtschaft zum Aufwecken, zum Nachdenken und auch die Bevölkerung zum Begeistern und Inspirieren bewegen kann. Also das ist für mich so auch der Sinn eines, dieses Vernetzungstreffen, erstmal natürlich euch kennenzulernen, ist ganz klar. Viele kenne ich schon hier, habe ich auch schon im Laufe dieses Jahres jetzt in der Arbeit von Occupy kennengelernt. Es sind da sehr, sehr viele Freundschaftskontakte entstanden, aber natürlich jetzt darüber hinaus, weil wir uns an diesem Punkt befinden, vielleicht, dass wir uns da wirklich treffen nochmal. Und ich glaube, es gab es, es gab es mal, irgendwann, einmal und dann nie wieder. Und ich glaube, dass da müssen wir uns vielleicht enger zusammenrücken jetzt. Okay, EDJ Magdeburg. EDJ Magdeburg hat ein Kreuz gesetzt. Hallo, also ich würde gerne anmerken, ich wäre auch gerne bei einem Treffen dabei, egal wo. Ich würde noch anregen, vielleicht so eine Art Kinderbetreuung zu organisieren, weil das manchmal ein schwieriges Problem ist. Ja. Was war der Schluss, bitte? Ich habe es nicht genau verstanden. Kann ich nochmal wiederholen? Nochmal zwischendurch, auch die Anmerkung TV oder TV, herzlich willkommen hier. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Du hast die Push-to-Talk-Funktion an, nicht an. Vielleicht kannst du dich anstellen unter Konfiguration, Einstellungen und dann Push-to-Talk, beziehungsweise über Tastaturkürze. Genau, und das hat sich auch schon erledigt. Gut. Dann vielleicht nochmal zu dem Thema Kinderbetreuung. Ist eine gute Sache. Wenn, ja, wenn das jetzt, ja, müsste man mit aufnehmen. Auf jeden Fall Kinderbetreuung. Ja, Stichwort für das Protokoll. Genau, ich denke, auch das sind, das ist jetzt die Frage, wir sind ja, kleiner Einwurf von mir sozusagen, wir sind ja bei den ganzen Details schon, die sind, ist das wichtig, Kinderbetreuung, sehe ich auch. Aber es sind ja wirklich schon richtige, richtige Details, die ja dann auch je nach Location unbedingt angesprochen werden müssen. Ich meine, klar, so wie ich das verstehe, ist das jetzt wirklich der Brainstorm und wir sammeln das jetzt einfach wild drauf los. Also, ich halte immer so, im Grunde genommen, das für ganz schön, dass man das Organisatorische und das Einzelne dann entscheidet sich ja wirklich nach Ort. Ob man das jetzt gleich an den Anfang setzt, ist eben die Frage. Ich persönlich habe das große Bedürfnis, vielmehr jetzt hier bei dem Ersten auch schon wirklich zu hören und zu lesen von den Einzelnen, was sie inhaltlich sich wünschen. Warum überhaupt Vernetzung? Also, um das mal in so einem provokanten Bild aufzumachen. Also, mit Menschen mich treffen und was trinken und Musik machen, kann ich privat und mache ich sowieso vielleicht auch. Aber warum Occupy? Warum will Occupy Germany sich treffen? Warum? Ich habe jetzt kein X-Gesetz, aber vielleicht kann ich ja doch was sagen. Könnte ich dran sein? Magdeburg hat, glaube ich, ein X-Gesetz. Sorry. Und dann du. Ja, okay? Okay. Hallo, also ich wäre dafür, dass man irgendeine Aktion macht, also bei diesem Treffen oder die da plant, also die auf jeden Fall medienwirksam ist. Also, darauf müsste man auf jeden Fall sagen, also halt, darauf müsste man Wert legen, dass das medienwirksam ist, weil die Medien eine große Rolle spielen, dass man viele Leute zieht vor allen Dingen. Also, hier der Vorschlag eines Treffens verbunden mit einer medienwirksam ist, vielleicht könnte das ja sogar auch der Vorschlag oder die Idee sein, eines Wochenendes, eines Treffens, was vielleicht über ein, zwei Tage oder drei Tage geht. Das wäre ja auch vielleicht sehr zu begrüßen. Dann weiter mit Janu. Kannst du mittlerweile sprechen, ansonsten schreiben. Und dann... Ja, Thomas, dann setz doch mit dem Kreuz. Sorry, weil jetzt rutschst du weg. Ich hatte ja eben gesagt, dann bist du dran. Janu, kann Thomas... Okay, hat er gesetzt. Danke, Thomas. Vielen Dank. Oh, sorry, habe ich auch... Sorry. Gut, Janu? Wir können dich leider immer noch nicht hören, Janu. Da scheinst du noch irgendwie Probleme zu haben mit dem Mikro. Ja. Dann würde ich erstmal weitermachen mit Würzburg. Und Janu schreibt es vielleicht einmal. Soll ich schon mal? Ja, Janu schreibt es hier. Es ging um Effekte. Hatten wir auch schon im Protokoll zusammengetragen. Ja, ich hatte ja vorhin nochmal gefragt, ob das vielleicht jemand zusammenfassen könnte. Weil viele das sicherlich noch nicht gelesen haben. Also ich würde jetzt erstmal mit Würzburg weitermachen und dann müssen wir mal schauen. Ja, meiner Meinung nach, das hatte ich auch schon in den Vorbereichen gesagt, sollten wir uns genau überlegen, wie Paulette eben auch fragt. Ein bisschen warum, wieso und weshalb. Und da gibt es ein paar Antworten. Weil zum Beispiel meines Erachtens sehr viel in unseren Köpfen nur stattfindet und im Internet und da auch sehr viel, sagen wir mal, so ein Denken daraus entsteht, dass die ganze Welt eigentlich auf der Seite von einem steht. Und so ein Vernetzungstreffen zeigt zum einen, wer tatsächlich auch bereit ist, mal eine weitere Ebene zu gehen in puncto Vernetzung. Das heißt also, sprich, sich auch mal wirklich dann mit seinem Gesicht zu zeigen, mit einem Klarnamen zu zeigen. Jetzt kam der Witz im Vernetzungstreffen auf von wegen, ja, hier irgendwie wie E-Mail und Telefonnummern austauschen und sowas. Und ja, es ist ein Vernetzungstreffen, also Vernetzung sollte dann auch schon das beinhalten. Und da ist eben die Frage, ist es eine interne Aktion oder eher was für die Außenwirkung? Und ich glaube schon ersteres, wenn man es wirklich Vernetzungstreffen nennen will. Eine Aktion kann aus sowas heraus entstehen, aber eine Aktion dafür zu veranschlagen, ist, glaube ich, am Ziel vorbei. Okay, Dankeschön. Dann macht Thomas gleich weiter. Janu schreibt, sie hat immer noch Probleme mit ihrem Toneingang. Und ihr ging es um Synergieeffekte von der Vernetzung auf mehreren Ebenen. Ja, Thomas, bitte. Ja, Carina und ich haben uns ja was Konkretes rausgegriffen. Das wäre natürlich auch beim Vernetzungstreffen für uns wertvoll. Mehr Whistleblower, Insider und so weiter. Vielleicht haben manche Jobs und sind mutig genug, können aber auch verpixelt werden. Dass sie an der Ton verfremdet werden, dass sie anonym bleiben können. Da sind wir ganz heftig dran und es gestaltet sich auch schwierig, dass die Leute interner erzählen. Und leider sind wir nicht GEZ gesponsert und deswegen können wir jetzt nicht im Ersten senden. Aber auf dem Weg machen wir halt weiter. Und Festivals, es kommt auch langsam, dass die da sich auch wohl rantrauen. Und das wäre für das Vernetzungstreffen eben eine Grundlage, diese Menschen zu finden, die vor der Kamera Statements und Interviews geben. Damit wir mehr werden und nicht weniger. Das ist das Ziel, das sehe ich auch so. Ralf? Ich wollte sagen, zu den Synergieeffekten, was Diana meinte, ja eben, also wie gesagt, gewünschte Wechselwirkungseffekte zu anderen Projekten, die schon laufen, wie zum Beispiel jetzt die Videotonale oder was anders vorgeschlagen wurde, World Café, was auch immer, das ist so vom Haferkorn oder andere Projekte eben, die sich da irgendwie ansocken können für eine gute Sache. Und dann, also soweit ich rausgehört hatte, waren wir uns letztes Mal einig irgendwie, dass wir das relativ, also dass wir das eigentlich ideologiemäßig neutral halten wollen. Und jetzt hier zu klären, wer oder was auf dem Fall ist, so würde ich dann auf dem Treffen selber klären, veranschlagen, weil das können wir hier in dieser Runde sowieso nicht abschließen, beziehungsweise das vielleicht noch auf den Tisch im Anschluss verlegen, weil das sind ja inhaltliche Fragen, so Inhaltsfragen sind ja immer so eine Sache, die ja auch länger gehen kann und wo dann, ja, wo man vielleicht auch mehr Zeit braucht, wie es ausschaut und würde ich dann, das wäre eigentlich für solche Treffen ideal, aber dass sowas überhaupt auf die Beine kommt, müssen wir es halt so neutral wie möglich halten, nämlich an, also, ne, also ich meine, was wollt ihr jetzt von der Fahne raushängen, eine kommunistische Fahne oder was für eine Fahne wollt ihr raushängen, weil ihr gesagt habt, es geht nur um die Sache rein technisch, ne, also so sehe ich das mal. Joa, danke Ralf, ähm, hier schreibt die Jano links nochmal was zu ihren Synergieeffekten, das könnt ihr euch da durchlesen, ich lese das jetzt nicht im Einzelnen vor, sehr gute Ansätze, ähm, sicherlich mit bei, ähm, ich kann nochmal berichten, vielleicht aus dem, aus dem Camp bei uns im Norden hier, jetzt ganz zum Schluss, was wir als ziemlich großen Erfolg gewertet haben, das hieß ja immer, wir sind die 99% und 99%, also geht mir ja noch nicht so weit, ich habe immer gesagt persönlich, wir sind eigentlich 100% oder das wollen wir irgendwann mal werden, aber um diese 99%, um das, äh, zu erreichen, also am Ende haben sich dann mindestens drei Parteien bei uns an einem Tag zusammengesetzt und haben über die Probleme, ähm, diskutiert und das war inklusive eines Bundestagsabgeordneten, das war schon ein Erlebnis, was, was wirklich einen beeindruckt hat, dass es dort nicht mehr, es ging da, also es gab keine Fahnen und so und es gab auch, es sind einzelne Persönlichkeiten gewesen aus den Parteien und, ähm, dann zu gucken, dass die sich da in der geilen Diskussionsrunde, ja, mit, mit den Problemen beschaffen, beschäftigen, das war schon, ähm, für mich definitiv ein Erfolg und ich glaube, darum geht es ja auch, die, die Menschen, egal in welcher Funktion, es geht jetzt nicht um Fahren oder, oder sonstige Sachen, zu begeistern und irgendwie mitzunehmen. Gut, jetzt bin ich hier fast ein bisschen raus, jetzt muss ich mal gucken, wer wäre jetzt, haben wir kein X mehr? Doch. Doch, dann bitte. Sorry, ich schon wieder, ähm, ja, ich gehe eher von der Aktion oder von dem Widerstand aus und, äh, die Idee und dass sich dann, äh, entsprechende Leute zusammenfinden, die diese Idee erst mal so ganz gut finden, die Details werden dann, äh, natürlich untereinander, äh, besprochen, das, das geht, äh, wahrscheinlich auch, äh, am besten, äh, face to face und, ähm, ich glaube, dass sich die, äh, Bewegung, die Bewegung, ja, äh, also, äh, durch die Aktion, äh, definieren wird und, äh, nicht andersrum. Also, für mich ist das Pferd von hinten aufzäumen, wenn man erst ideologisch da zu lange rummacht, da, äh, verbrennt man Energien. Gut, Florian wollte mal nochmal probieren. Ciao, Peter. Schön, dass du da warst. Ja, auch, ähm, schießt an die Gehen, an Freiberg und an Zagala. Will der jetzt auch gehen. Ähm, Florian wollte nochmal probieren. Florian, ähm, du hast zweimal ein X gesetzt. Hast du deine technischen Probleme bisher gelöst? Also, ich gehe davon aus, wenn ihr mich jetzt hören könnt. Schön, auf jeden Fall. Erst rein. Ja, äh, war kurz im Audio-Test-Room und, äh, da hat mir netter Verkäufer geholfen. Also, ich hatte ja vorhin den Vorschlag gemacht. Also, ich glaube, dass, äh, wir uns auf jeden Fall, äh, treffen sollten. Und zwar einfach mal ein Wochenende, dass man sich sehen kann, dass man sich beschnuppern kann und dass man da ein ganzes Wochenende Zeit miteinander verbringt. Ähm, ich würde das nicht kombinieren wollen mit irgendwelchen Aktionen noch, parallel oder obendrauf, weil ich glaube, dass die Vernetzung, dass wir uns mal kennenlernen, viel wichtiger erstmal ist. Ähm, und ich hatte ja den Vorschlag gemacht, dass wir das einfach rotieren. Also, vielleicht ist es ein bisschen sportlich zu sagen, es ist einmal im Monat in einer Stadt. in Deutschland. Aber ich will den Vorschlag trotzdem mal so unterbreiten, als meine erste Idee, dass man sagen könnte, jetzt im Oktober treffen wir uns in Magdeburg, im November in Freiburg, im, ähm, Dezember in Kiel und einfach eine Rotation machen. Und dass dann die jeweiligen, ähm, Occupy-Leute vor Ort halt was organisieren. Ob das eine Turnhalle ist, eine Wiese oder eine Kirche, das kann ja jede Stadt vor Ort machen. Und ich glaube, dass, ähm, wenn irgendjemand jetzt Fahrgeldprobleme hat, dass wir da auch gemeinsam sammeln können. Und ich glaube, mit so einer Idee, wenn man sagen könnte, Occupy trifft sich jetzt einmal im Monat in einer Stadt, um, äh, jetzt mal anzufangen, ähm, nach einem Jahr Erfahrung, ähm, Dinge zu, ähm, zu besprechen, ähm, wie wir uns überregional bewegen können. Ich glaube, da finden wir auch genug, ähm, Geld, wenn Leute sagen, ich hab jetzt einfach gerade mal keine Kohle. Das war, ist so meine Fantasie und das, ja, einfach mal in die Runde geworfen, ne? Okay, danke. Dankeschön, Florian. Dann einmal Jack hatte einen Einwurf und dann haben wir Magdeburg und darauf gefolgt Ion Tici. Wer auch immer ist, wird sich bestimmt gleich vorstellen. Jack. Ja, ich fürchte fast, ich muss hier mal einen Realitätscheck in den Raum stellen. Ich glaube nämlich nicht, dass, egal welche Stadt, oder egal von welcher Stadt wir sprechen, es genügend finanzielle Ressourcen gibt, einer angenommenen Occupy-Bewegung, so etwas wie, äh, als Gastgeber zu fungieren. Ich nehme da nur einfach Hamburg als Beispiel, überlege mir, was mag Hamburg, das Camp in der Kasse haben, um zum Beispiel eine Turnhalle oder etwas Ähnliches anzumieten. Und, äh, da kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Das, äh, kann ich mir nur schwer vorstellen. Es geht also gar nicht, gar nicht so sehr um, ähm, die Unterstützung der einzelnen Teilnehmer, äh, für die Anreise, sondern, ähm, dass ich nicht sehe, dass Occupy-Bewegung eine Logistik verfügt, um, wie ich eben sagte, als Gastgeber in irgendeiner Stadt fungieren zu können, solange das Geld kostet. Danke, Jack. Magdeburg? Also, ähm, ich war auf jeden Fall dabei, auch was zu organisieren, wenn man das in Magdeburg machen wollte. Ähm, es gibt auf jeden Fall Räumlichkeiten, wo sich auch so, sage ich mal, 30, 40 Leute treffen könnten, die zur Verfügung stehen würden. Ähm, ja, alles andere müsste man dann organisieren, und da bräuchte ich natürlich Hilfe. Ja, ja, Ion Titschi, äh, oder wie man das ausspricht. Magst du dich vielleicht was vorstellen? Jo, ähm, hier ist Jürgen, Jürgen Siemens Norden, äh, das ist jetzt, ähm, ein anderer Nick hier auf dem Mumble, das ist eine andere Geschichte, nutze ich schon im anderen Kontext eine Weile, äh, deswegen, ähm, habe ich schon einen anderen Namen. Aber ich wollte auch sagen, im Grunde genommen ist das Vernetzungstreffen eine gute Idee, weil einmal im Monat halte ich auch für, äh, unrealistisch, einmal im halben Jahr fände ich, äh, machbar. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie die, äh, die Rednernette ist. Ja, du bist dran. Okay, ja, ich wollte, äh, das auch, ähm, sozusagen unterstreichen. Also einmal im Monat halte ich, äh, weder logistisch, äh, noch finanziell, noch von der Manpower für realistisch. So groß, äh, ist Occupy nicht, das sogenannte Occupy, gar keinsterweise in Deutschland. Äh, da sind ein paar People in jener Stadt und einmal im Monat ist, finde ich, auch inflationär. Ähm, erst mal das eine Treffen. Und wir hatten ja sogar auf dem Vorbereitungstreffen gesagt, dass wir das erste Treffen so Richtung Januar erst machen, dass es wirklich eine große Vorbereitungszeit auch braucht, damit alle sich richtig einbringen können. Und ich möchte nochmal betonen, damit es eben auch auf keinen Fall von Berlin zentralisiert ausgeht. Äh, Berlin ist nicht der Nabel der Welt und keiner von uns. Und, äh, so wie bei Blockupy Frankfurt, die haben zwei bis drei Monate gebraucht. Klar, das ist eine ganz andere Nummer gewesen. Und, so, die hatten Gelder und Unterstützung von diversen Organisationen, angefangen bei den Gewerkschaften. Ja, das ist eine Idee. Und wir haben eine halbe Zeit gebraucht, glaube ich, oder länger. So, auch du, Jack, bitte, wenn ihr Einwände habt, wir müssen das bei der Größe schon mit, ähm, mit diesen Excel machen. Weil sonst wird's nix werden. Ähm, jetzt wäre, jetzt haben wir einen Einwand von Ralf, der kommt gleich als nächstes. Und dann nach Andreas Vetter, der nix gesetzt hat, der sich bestimmt auch gleich noch vorstellen wird. Äh, ja, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, dass vielleicht, weil die Runde ja jetzt, irgendwie, ich hab's Gefühl, wir sind noch 20, 30 zu wenig. Vielleicht die Runde auch nochmal, wenn da sich entscheidet, sowas zu machen, äh, dann nochmal sozusagen ausschwärmt und nochmal schaut, äh, was man machen kann. Und, äh, nochmal, ja, mehr Leute ranziehen vielleicht, ähm, funktioniert's ja dann besser. Ja, keine schlechte Idee. Hier kommt auch erst mal der Vorschlag im Chat viermal im Jahr. Ähm, dann jetzt der Andreas Vetter. Vielleicht, Andreas, magst du dich kurz vorstellen, weil du vorhin bei der Vorstellungsrunde nicht dabei warst? Grüß dich, Andreas. Hallo, Freunde. Hi. Ich bin Andreas aus Berlin. Ähm, ja, das soll ich kurz zu mir erzählen. Wahrscheinlich kennen mich viele von Facebook. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand hier dabei ist, der nicht bei Facebook ist. Äh, würde ich mal fast bezweifeln. Ähm, einmal eine Frage, und zwar, ob es denn überhaupt in ganz Deutschland noch ein Camp gibt. Hamburg. Super. Ähm, und dann mal darauf hinweisen, dass wir tatsächlich in Berlin auch ein Camp haben, was halt nur so, ähm, ein bisschen, weiß man nicht ist. Heißt, äh, heißt, äh, als wir dort ankamen und, äh, dort über dieses Camp, über das mögliche Camp an diesem Platz gesprochen haben, ähm, standen da schon Zelte. Und, äh, und, äh, wir hatten dann ganz freundlich mal gefragt, ob denn, ob die Camper dort was dagegen haben, wenn wir uns dazugesellen. Und die sagten dann, damals, ähm, kein Problem. Äh, zwei Bedingungen, äh, zwei Regeln gibt's. Einmal, äh, Ruhe ab 22 Uhr. Wegen der Nachbarn. Und keine Transparente. Äh, das war irgendwie, ich weiß nicht, Anfang Juni, glaube ich. Ähm, ja, also es gibt in Berlin ein Camp. Ich war vor zwei Tagen da. Und die Camper werden dort inzwischen auch immer ein bisschen weniger, halten allerdings ganz tapfer durch. Äh, und die sind, ähm, Occupy gegenüber ganz aufgeschlossen. Also, trotz, äh, allen diesen Gerüchten, die halt so durch die Welt spazieren. Ähm, soviel zum aktuellen Stand in Berlin. Heißt, der Platz ist da. Wir müssen da eigentlich nur hin. Und Zelte aufstellen. Äh, die Unterstützung, so, äh, von der Berliner Occupy-Gruppe, die ließ, äh, meiner, meines Erachtens nach, etwas zu wünschen übrig. Was ich sehr traurig finde. Weil ich, also ich hab mit meiner Persönlich ziemlich den Arsch aufgerissen. Ähm, äh, äh, Punkt zwei als, äh, konstruktiven Vorschlag für das Vernetzungstrafen, ist, dass ich einmal denke, ähm, dass Berlin tatsächlich nicht der Nabel der Welt ist. Aber, äh, die Realität ist auch, dass, äh, in Berlin halt die Weltpolitik maßgeblich bestimmt wird. Äh, äh, wenn, ähm, im Bundestag über Griechenland und, äh, Spaniens Zukunft bestimmt wird. Von dort Soldaten, äh, nach Afghanistan und weiß ich nicht, wohin zunächst, äh, als Nächste noch geschickt werden. Von daher ist Berlin sehr wohl wichtig. Äh, äh, in Berlin gab's im Prinzip den Impuls, äh, dass der eiserne Vorhang und, äh, überhaupt dieses ganze, äh, Ost-West oder, äh, ja, Sozialismus-Kapitalismus, äh, Gegeneinanderspiel halt in sich zusammengebrochen ist. Ähm, ähm, ja, also in Berlin, äh, beziehungsweise ging es ja nicht nur in Berlin, sondern halt, ich glaube, in Leipzig fingen die Demonstrationen an. Äh, also Berlin ist sehr wohl wichtig. Wobei ich Pauletz, äh, äh, vorschlag, das, ähm, in Witten in Deutschland zu machen eigentlich ganz gut finde. Und ich, äh, würde einfach mal vorschlagen, dass die lokalen Gruppen, äh, aus den einzelnen Städten, von denen wir, glaube ich, echt ziemlich viele eigentlich haben, äh, ich weiß nicht, monatlich halt einfach eine Einladung machen an alle Occupy-Aktivisten ganz Deutschlands und von wo auch immer einmal zentral wechselnd in jede, jede Stadt, wo dann halt ein Camp oder halt eine größere Gruppe. Äh, von Aktivisten ist, eine Einladung zu machen, ne, also wird es dann halt auch irgendwie keinen, äh, keinen Kampf geben, äh, wir müssen jetzt nach Frankfurt, nach Hamburg, nach, äh, weiß ich nicht wo oder irgendwo auf die grüne Wiese. Ähm, und die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Also jetzt, wenn ich mir anhöre, dass im Januar irgendwie erst was stattfinden soll, warum warten? So, warum nur immer warten? Wir wissen nicht, was morgen ist. So, im, im Augenblick, äh, steht, äh, ganz Nordafrika im Plan. Ich hab heute gelesen, dass 18, äh, 18 Länder irgendwie, äh, wo jetzt irgendwie auf dem Angriffsplan der Amerikaner stehen, äh, die Zeit läuft, Leute. So, ich hoffe, ich hab jetzt meine Redezeit nicht zu sehr über, äh, strapaziert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hast du zwar, hast du zwar, aber gerne. Ja, Mensch, danke, Andreas, ähm, dass du dich vorgestellt hast, und, ja, es handelt sich, wo hier, es kam jetzt halt noch in dein Chat, es handelt sich hier um das Curvy, ähm, ähm, ja, Projektcamp, whatever, ähm, hier ist auch nochmal ein Link gepostet worden vom Backup, das, ähm, zugehörige, äh, Facebook-Gruppe zu dem Projekt. Und dann wäre Iron Titschi dran in der Reihenfolge, aber es gab noch ein Einwand vor, und zwar von Thomas, ähm, ich würde dich bitten, Thomas den Einwand zu bringen jetzt, und dann noch, ähm, bei Iron weiter. Moment, ich unterbreche dich, I'm sorry, weil, bitte, es ist schön zu bedenken, dass viele nur schreiben, und da sind auch viele Beiträge, die geschrieben werden, und die sollten dann auch vorgelesen werden. Die rutschen sonst weg, weil die sind ja im Chat im Gespräch. Also, äh, man, äh, Carlos... Machst du das, Paulette? Ja, bin dabei, bevor der nächste Redebeitrag kommt, sonst ist es weg. Also, Carlos schrieb in Großbuchstaben Wendland, hätte auch symbolischen Wert, kann ich nur sehr unterstützen, weil da sind, sind, ich meine, da ist alles, da finden wir kein einziges Rad neu, die machen das seit 30, 40 Jahren. Da haben die angefangen, und da hätten wir sogar, äh, auch kleine Pensionen, die nur 7 Euro die Nacht kosten, und so weiter. Da könnte man auch Aktionen machen, ne? Super, super Aktionen, da kann man gleich mal Blockaden machen, und so. However, ähm, zum Beispiel, was kam da noch? Scroll mal eben. Ja, es wird immer, immer wieder auch geschrieben, ähm, äh, dass einmal im Monat irgendwie unrealistisch scheint in der ersten Zeit, aber okay, wir sind ja im Brainstorm. Ja, ja, dann der Nächste bitte. Ja, ich hatte ja einen kurzen Einwurf, äh, und zwar zu, äh, was, ähm, vorher gesagt wurde mit dem Camp in Berlin, äh, wie auch immer ihr das findet, und so weiter, aber ich bin froh, dass es das gibt, und ich hatte einen Link reingepostet, da wird ausführlich von den, äh, ein paar Aktivisten, die dort, äh, campen oder gecampt haben, auch erklärt, was das ist. Ähm, also, äh, wenn da ein Treffen gewünscht wäre, wäre ich auch dabei, und, äh, wie gesagt, sonst die An, äh, äh, die Anregung oder das Angebot, dass ich mich für dieses Haus der Demokratie bemühe, und sonst finde ich Wendland auch sehr hervorragend. Okay, ähm, Aion Titi? Jürgen, äh, ja, ich wollte noch was zu Andreas sagen, äh, zur Wahl, äh, der Mitte der Republik, äh, wenn man die Mitte der Republik mit dem, mit dem finanziellen Einfluss wichtet, kommt man in ganz klein Frankfurt an, ähm, da ist die EZB angesiedelt, äh, und so weiter, und ich gehe davon aus, persönlich, dass, äh, die Politik im Grunde genommen nur noch als Zielerfüllungsgehilfe, äh, der Finanzindustrie ist, und die Finanzindustrie ist in Frankfurt. Äh, und von daher wäre ich eigentlich, äh, eher dafür, das wieder in Frankfurt so machen. Also, ich stelle fest, ähm, bevor ich Occupy Würzburg, äh, zur Sprache komme, dass wir uns schon im Thema befinden, Ort und Zeit. Sehe ich das richtig? Weil das wäre ja dann das nächste Thema, damit wir ja auch in der Tagesordnung weiterkommen, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich noch bis zum 3 Uhr hier. Also wenn keiner was dagegen hat, ähm, machen wir dann dort jetzt weiter, und Occupy Würzburg kann jetzt nochmal los loslegen. Ja, danke sehr. Ähm, die Frankfurter, nur um das mal hier in die Runde zu tragen, sind, also von denen, mit denen ich geredet habe, bereit, das nochmal dort zu veranstalten, werfen aber auch in den Raum, dass es jetzt nicht unbedingt klug ist, ich meine, das erste Vernetzungstreffen ist eine Zeit lang her, aber, äh, trotzdem, das dann am selben Ort nochmal zu machen, da zieht man nicht viele neue Leute dazu. Ähm, da kam dann der Vorschlag, dass man eventuell Kassel nimmt, das wurde dann auch von uns nochmal besprochen, in dem Vormeeting, das wir hatten hier. Und das ist eigentlich auch ein recht zentraler, netter Ort, wo man, wo man von überall in Deutschland gut hinkommt, und wo auch zumindest Leute schon dort sind, die eventuell bereit sind, das vorzubereiten. Ich glaube, mit denen direkt noch keinen Kontakt aufgenommen, das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld tun. Über den Zeitraum hatten wir uns ja auch schon mal grob für den Januar ausgesprochen irgendwo. Es sollte halt ein Brückentag oder sowas an einem Wochenende hängen, dass man da drei, vier Tage draus machen kann. Aber ich finde, Januar würde, sollte hier mal auf jeden Fall diskutiert werden, ob das sinnvoll ist. Ich halte es auf jeden Fall für eine gute Idee. Also, ich weiß nicht, vielleicht wäre ein gutes Vorgehen, würde ich vorschlagen, dass man sich vielleicht hier und heute mal ungefähr einen Zeitpunkt nochmal ins Auge tatscht und guckt, ob Januar okay ist oder ob man noch weiter hinten raus schieben soll und dann den Ort da noch unbedingt festlegen oder so, weil je nachdem, vielleicht kriegen wir noch weitere Unterstützer dazu, das sollten wir auch nochmal bedenken. Ich hätte mal eine kleine Technik, wenn ich kurz darf. Ja, bitte? Ich bin ziemlich respektlos, wenn ich hier den Chat lese und ständig irgendwelche Leute hier angegriffen werden. Könnt ihr euch nicht echt mal zusammenreißen? Ich habe hier übrigens noch keinen gehört, der gesagt hat, an tiefer raus. Reiß dich mal bitte ein bisschen zusammen. Ja, das ist ja klar, das Ganze ist hier offen und da werden jetzt auch einige dabei sein, die es jetzt nicht so ernst meinen. Ich glaube, dass wir denen da nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sollten. Dennoch bitte ich es bitte die, auch die dort jetzt schreiben, bitte drauf zu achten, ein bisschen wie sie schreiben und was die dann machen. Also, ich finde es jetzt sehr gut, wenn wir jetzt zur Abstimmung kommen, welcher Ort es sein soll. Es können ja auch zeitmäßig auf der Zeitachse vielleicht zwei oder, ja, sagen wir mal zwei Orte werden, weiß ich nicht. Ja, genau. Wir waren ja bei der Ortsfindung gewesen, beziehungsweise bei der Zeit. Also, ich weiß nicht, ich kann das schon verstehen, ja, weiter rauszögern, bloß, also, meine Meinung ist, weiter rauszögern, ich meine, die Krise ist voll in Gang. Ja, wir sehen, was hier passiert. Das sehen wir schon seit einem Jahr. Ähm, und von wegen Merkel hier Zeit kaufen und so und weiter rauszögern, also, das Ding ist dringend. Ich wünsche mir natürlich auch viel mehr Aktivisten, keine Frage. Ähm, vielleicht müssen wir uns da auch gegenseitig ein bisschen mehr aktivieren. Gaston, wenn du deine Post-on-Talk-Sache ausschalten würdest, dann wäre ich dir dankbar. Ähm, aber das sollte schon nicht so weit rausgeschoben werden. Also, das sollte schon dann irgendwann doch schon irgendwie zeitnah stattfinden. Amt, Prinzessin. Ralf Sommer hat zuerst ein X gesetzt. Oh, Ralf, Entschuldigung. Ja, ich wollte, ich wollte jetzt nochmal, nochmal sagen, vielleicht wären wir wirklich besser beraten, erstmal nur den Zeitpunkt wirklich festzulegen und dann damit nochmal, äh, irgendwie die Runde zu machen und dann zu gucken, wer überhaupt das mitmachen will. Vielleicht, wie gesagt, kommen ja noch mehr Städte als nur ein zentrales Ding raus. Das wäre vielleicht noch ein Eiland. Jip, und nochmal Iron Titschi mit einem Einwand, dann Hanf-Prinzessin. Äh, Kwe hat auch einen Einwand. Kwe hat auch einen Einwand, Entschuldigung, Kwe und, ähm, ja genau. Bin ich dran oder nicht? Jo. Okay, äh, ich würde auch sagen, das muss zügig passieren, weil alleine die Vorbereitung wieder drei Monate dauert, äh, wenn man das realistisch hinkriegen will, sollten wir das, äh, ja, binnen den nächsten zwei Wochen oder so über den, über den Tisch kriegen. Allein Ort und Zeit festgelegt, aber die Leute, die, äh, die Organisationen die Hand nehmen müssen, mit genügend Zeit haben, um das nichts hektisch wird. Jo, und dann nochmal Kwe und dann Hanf-Prinzessin. Ach, ich hätte mich jetzt bloß schon wieder aufgeregt, weil, äh, ich finde es einfach respektlos. Leute, fangt echt mal bei euch selber an. Ja. Ich finde es echt unmöglich. So Hanf-Prinzessin. Man kippt nur runter. Genau, darf ich jetzt, genau. Ähm, ich möchte mich genug anschließen, äh, was zu Frankfurt gesagt wurde. Frankfurt hatten wir jetzt zwei und ein sehr, sehr erfolgreiches, äh, Treffen. Blockupy fand ich sehr erfolgreich für die Bewegung, sehr viel Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir, dass wir sowas in einer anderen Stadt auch hinkriegen. Ähm, warum jetzt nicht einfach mal die Regierungshauptstadt, äh, wählen und, äh, also ich fände Berlin toll. Ich beteile mich auch, ähm, dabei. Ähm, also ich biete schon mal meine Hilfe an, Plätze zu finden. Ich kenne auch einige Dinge. Also ich denke schon, dass wir Schlafplätze finden. Hier gibt es auch ringsrum, ähm, auch schon viele autarke Dinge, äh, Wagen, Burgen und solche Sachen. Die könnte man mal abklappern und fragen, wie es aussieht, ob sie sich da auch bereit erklären oder, ja. Also ich, ich würde nur mal sagen, ich finde Frankfurt war jetzt oft genug. Wir sollten eine andere Stadt wählen. Dankeschön, Hanfie. Ähm, Maestro Simbjörn, ein X in Klammern. Ist das ein X oder was, zu was soll ich das deuten? Ja, das ist ein Redebeitrag, dann genau. Dann bitte doch als X und nicht in X in Klammern. Oder steht das auch irgendwo? Oder habe ich was verpasst? Naja, das ist einfach ein Formfehler gewesen. Okay, Maestro Simbjörn? Ja, das hätte auch ein Y im Klammern sein können, aber ich würde den Daumen hoch zeigen sollen. Soll ich mal vorlesen? Als erstes mal, ich wollte sagen, dass Frankfurt am Main nicht gut wäre, weil zu oft genutzt. Zweitens. Sollte mal eine regionale Vernetzung stattfinden? Ja, wie meinst du das? Womit wir eigentlich dann beim nächsten Punkt schon wären, der Tagesordnung, da lese ich Stand der Vernetzung regional, überregional. Moment, Moment. Moment, Moment. Ich rede nicht so schnell. Maestro hat noch was geschrieben. Sorry. Nein, ich will. Und Klärung der Grabenkämpfe. So habe ich Maestro auch verstanden, in dem Kurzsatz. Wenn ich das mal... Kannst du ja ja oder nein schreiben, Maestro? Genau. Das... Also, ich habe es so verstanden, in einer anderen Übersetzung, wie ich es gleich am Anfang unserer Treffung auch gesagt hatte. Ich bin absolut gegen Berlin, damit Berlin nicht das Zentrum ist. In Berlin sind wahnsinnig viele, ich nenne sie nicht Grabenkämpfe, sondern Spaltungen, die ich auch nicht nur negativ sehe, sondern Klarheiten und Distanzierungen. Und das ist okay so. Für mich ist es okay so. Aber Berlin kann auch, finde ich, aus den Gründen energetisch nicht das Zentrum sein. Und es sollte eben, wenn, dann in der Mitte von Deutschland sein, damit es für alle gut erreichbar ist. Ja? Ein Münchner nach Berlin oder wie? Äh, nee. Einfach mal in die Mitte von Deutschland setzen. Ja? So mal so richtig, ganz bewusst. Für alle sternförmig erreichbar. Jo. Ähm, sehr gut gesagt. Ich habe das jetzt nochmal... Ich habe nochmal geguckt, ähm, das mit den Graben und Kämpfen, also Streitigkeiten und so, das haben wir ja auch noch. Ähm, das kommt ja noch. Also, das, das sollten wir dann auch da klären. Also, jetzt haben wir im Moment hier Stand der Vernetzung. Regional, überregional, international. Das würde als nächstes kommen. Oder, beziehungsweise Ort, Zeit, SVT. Ich hoffe, dass da jemand mit protokolliert, beziehungsweise, dass wir da anschließend ein gutes Protokoll hinbekommen. Wo wir halt wirklich diese ganzen Vorschläge, die wir hier jetzt, ähm, vorschlagen, auch nochmal reinschreiben. Nichtsdestotrotz geht's dann jetzt weiter. Maestro, Herschme, Paulette, Maestro, Symbiont, glaube ich, ne? Aber er scheint nur zu schreiben. Dann bitte ich dich doch, das zu schreiben. Dann können wir das vorlesen. Und ansonsten würde ich den Martin jetzt nehmen. Ich hab gedacht, in Berlin war das letzte Vernetzungstreffen. Ähm, und ich bin persönlich auch, ähm, für die Mitte von Deutschland. Wie gesagt, jetzt hat man es einmal da, einmal da. Und, ähm, wen wir vielleicht auch noch ins Boot holen sollen. Ich meine, das meiste wurde hier jetzt über Facebook kommuniziert. Es gibt auch noch eine Mailing-Liste und sehr viele Leute, die nicht auf Facebook aktiv sind. Darunter auch Leute, die hauptsächlich in Frankfurt oder in anderen Städten, Hamburg und sowas, aktiv sind. Und dass wir die auf jeden Fall mit ins Boot holen und, ähm, die mitentscheiden lassen. Danke. Ja, kurze, Entschuldigung, ich hab's akustisch nicht verstanden. Wen mitentscheiden lassen? Sorry, da war bei mir ein Aussetzer hier. Die Leute, die jetzt nicht hier sind und nichts davon mitbekommen haben, weil sie auf Facebook nicht aktiv sind. Wie gesagt, es gibt Mailing-Listen und, ähm, und, ähm, und noch andere Vernetzungen. Und die sollte man da auf jeden Fall mit einbeziehen. Danke. Okay, dann möchte ich jetzt bitten, eine kurze, kurze Geduld, damit, eine Geduldspause, damit Maestro, er schreibt, es kann doch nicht sein, dass ich was schreiben will und dann nur zwei Sätze angehört werden. Bitte Maestro, schreib und ich würde die anderen jetzt in der Zwischenzeit bitten, nicht zu schreiben erstmal, weil das für jemanden einfach ganz schwer ist. Der schreibt, um sich zu beteiligen, weil er kein Mikro hat. Also Maestro, schreib bitte. Nee, wir können ja hochscrollen, wir können ja hochscrollen, wir scrollen mal hoch. Und danach fangen wir fort mit Einwand von Würzburg, Hanfkonzesse und so weiter. Ja, mein Einwand ist genau dieses. Ich wollte einfach mal Marios, äh, Worte vorlesen. Die stehen hier oben. Ich wollte sagen, dass Frankfurt nicht gut wäre, weil es so oft benutzt. Zweitens, sollte erstmal eine regionale Vernetzung stattfinden und vor allem die Klärung der Grabenkämpfe. Ähm, vernetzen heißt zuhören, Respekt und Toleranz. So, ich denke mal, dass es, worum es geht. Bitte, bitte. Sehr schön, danke, ja. Noreen fragt nochmal, wie sie die Textnachrichten, äh, ausstellt, dass sie es vorgelesen wird. Bitte da nochmal eine technische Hilfe. Kein Problem, ähm, du gehst einfach auf Konfiguration, dann auf Einstellung, oder beziehungsweise auf Konfiguration, dann Text und Sprache ausschalten. Da ist so ein Haken vor, den schaltest du einfach aus. Auch, ähm, vielleicht jetzt um die Zeit zu überbrücken, bis Maestro halt seinen Teil da geschrieben hat. Ähm, herzlich willkommen Noreen, vielleicht magst du dich ganz kurz in der Zwischenzeit vorstellen, dann fahren wir gleich wieder weiter fort mit der Rednerliste. Oder funktioniert auch nicht, dein Mikro. Test, test, test. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, denn, wenn man, also wir haben ja alle diese technischen Probleme gehabt, wenn man aber später dazukommt, ist das dann immer ein bisschen blöd. Also, versuch mal Einstellung, also Konfiguration und dann dieses Häkchen wegzumachen, dann müsste das Gesabbel von der Tante weg sein. Und dann gib mir mal ein Zeichen, ob du überhaupt sprechen kannst, oder ob du schreiben möchtest. Hallo? Ja, siehst du. Ja? Schön. Dann würde ich dich bitten, wenn du Lust hast, einfach stell dich mal vor, ähm, wenn Maestro sehen wir uns, schreib noch an etwas, und dann, ja, können wir die Zeit zu überbrücken. Okay. Hi. Für das sagst du, woher du kommst, was du machst, und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich komm aus München. Das wisst ihr alle, genau. Ich, äh, komm aus München, idiot, ähm, Occupy und, ja, fertig. Gut, hallo, Noin. Hi, Paulette. Okay, dann machen wir weiter. Rednerliste, soweit ich es überblicke, korrigiert mich, wenn's nicht stimmt, ist Iron Itchy und dann Deep Sands. Na, muss ich korrigieren. Hans Prinzessin und Iron Itchy und dann Deep Sands. Okay, I'm sorry. No problem. Ähm, Maestro, Symbot, war, war es, war es alles geschrieben, was du schreiben wolltest? Okay. Ach, Florian, Florian war auch noch dran? Ne, ich glaub auch. Okay. Dann ist Iron Itchy dran. Okay, wir nennen schon an Iron Itchy und, äh, es ist die Übung immer noch. Ich muss den Link mal ändern, bevor ich mich hier einlage. Sorry. Ne, kein Problem. Ich wollte nur sagen, äh, ich fand die Idee gut, dass man die Leute einbezieht, die nicht bei Facebook aktiv sind. Ich mache mir selber in der letzten Zeit öfter Gedanken, wie man sich aus Facebook ein bisschen zurückziehen kann. Äh, ich finde Facebook, äh, ist eine ungeheuer Quelle von sehr viel negativer Energie. Äh, so irgendwelche fragmentierten Nachrichten, irgendwelche Horrormeldungen, die ganze Zeit kriegst du so eine, eine Welle von, von schlimmem Zeug daraus irgendwie und konstruktiv ist sehr wenig dabei. Ähm, deswegen, wenn wir das machen aber, bräuchten wir irgendwie doch eine zentrale Stelle, wo man, äh, die Entscheidung irgendwo dokumentieren kann. Äh, vielleicht sollte man irgendwo ein Doodle aufmachen, äh, wo man im Ort und Zeit, äh, äh, mal so ein paar Vorschläge macht und uns Vorschläge zulässt, um wo die Leute dann einfach abstimmen können. Das kann jeder machen. Das ist irgendwie, äh, unbedenklich politisch und dann hätten wir uns auf jeden Fall, ja, schwarz auf weiß oder so und dann würden wir uns eine, wie eine Zeit setzen und sagen, okay, bis Ende September, äh, wird alles einbezogen, was reinkommt und dann wird eben entschieden. Ja, das war's. Okay, danke. Äh, ja, sorry, äh, setzt ein X, weil er leider offen muss. Ja, der Handkonzessin ist noch drin, ne? Ja, ich wollte es vorlesen, weil er offen muss. Darf ich das? Ist das okay? Wie ein Einwurf? Er würde gerne einwerfen, dass, äh, wir jetzt nicht besprechen sollten, was eigentlich beim Treffen besprochen werden sollte, sondern, äh, er schreibt, ich finde es wichtiger, jetzt hier einen Ort und Datum zu finden. Okay. Ja, ich wollte eigentlich nur Bezug nehmen auf das, äh, Statement von Simbiont, wie in den Graben kämpfen. Äh, das schwingt auch bei mir die ganze Zeit mit. Also, ich fühle mich auch nicht so richtig wohl in der Runde, weil ja einige Teilnehmer sind, wo ich mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, wie ich mit denen, was sie an Aussagen hinterm Rücken tätchen und, äh, zum Glück gibt's da eine Transparenz innerhalb Occupies, die wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben, damit bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind, wie vor vielen Jahren möglich waren. Äh, auf jeden Fall finde ich es unfassbar, wie hinten rum mit, äh, Menschen umgegangen wird, die anderer Meinung sind, die bedroht werden, dass man sich ja nicht die Freundschaften verspielen solle. Und wie auch jetzt zitiert wird, äh, dann wird zum Drogen, äh, genommen, aufgefordert, um mal wieder klar zu kommen. Äh, da muss ich jetzt sicher sagen, das ist einfach viel zu weit. Und, ähm, also, ich finde auch, Herrn Raffel, der legt ja einen, einen Ton an den Tag, der mich, also, ich weiß nicht, ich bin so einer Autorität nicht gewöhnt, auch wenn er jetzt hier so süffisant gerade auftritt, äh, ist doch der Ton, der in seinen Mails rumgeht und auch, äh, ich hab auch jetzt hier eine andere Mail noch mitgelesen, da wird dann schon von Paulett-Fraktion gesprochen, äh, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, ob er krank ist oder ob er ein Agent-Provokateur ist. Bei mir ist der Punkt, da reicht mir, reicht's, äh, ich kann damit überhaupt gar nicht mehr umgehen. Jetzt ist dann erst, äh, dann wird jetzt ja einfach, äh, Vollversammlung, äh, dann Rat, schon seit Monaten spielt er sich ja als Sprecher der Bewegung auf, Fernsehauftritte sind da, und, äh, ich kann damit überhaupt nicht mehr umgehen, ich bin wohl was an meine Schmerzgrenze, ich kann auch nicht mehr in Liebe darauf reagieren oder nett sein. Wenn ich was sage, ihn als Energiewampir zeichne, dann werde ich das erste Mal im ganzen Leben, dann werde ich hier verwarnt, da lache ich mich doch tot drüber, äh, für mich ist er ein Energiewampir, von mir aus kann er als Beleidigung sehen, das ist ein Fakt, weil er raubt so vielen Menschen die Energie, leider lassen sie sich auch reinziehen, sicherlich gehören dazu auch mal zwei, aber bevor das nicht geklärt ist, ist überhaupt gar keine Vernetzung mehr möglich, hier ist eine Spaltung jetzt in der Bewegung entstanden, weil sich einzelne Personen ja als Sprecher aufführen, für mich sind sie keine Sprecher, wir sind jeder hier einzeln, ein Individuum sind wir Occupy und nicht irgendeiner macht hier den Vorkasperler, ich fühle mich von dir nicht vertreten, Florian Raffel, mir reicht's, hör auf damit, nimm dich zurück, das wäre jetzt mal Größe, verstehst du, ich hab wirklich, ich hab, weißt du was ich im Kopf hab, ich hab nur im Kopf, verpiss dich doch endlich, was anderes kann ich gar nicht mehr sagen. Danke, danke und d'accord, absolut und, äh, I'm sorry, ähm, ich möchte das auch mal sagen und danke Guli, dass du die Sachen auch Copy-Paste machst, äh, dieses Scheinheilige und Doppelbödige von einigen Leuten, das können sie sich mal in ihre eigene Tasche fassen, ich hab da auch keinen Bock mehr drauf, das ist eine politische Bewegung und, nee, das ist eine politische Bewegung und sonst nichts und alles andere ist Mache. Ich bitte dich auch dann Dreiecks zu setzen, also wenn du den Einwand hast. Ja, hab ich gemacht. Ach so, Entschuldigung, dann nimm ich alles zurück, ich hab's nicht gesehen. Ähm, um dann hier weiter zu kommen, in der Runde, wir haben diese Sachen ja noch später, ja, also das, das ist ja da, da können wir drüber sprechen, jetzt haben wir ja von der Thematik her ein anderes, nur mal auf den Inhalt anzugehen und dann würde es jetzt weitergehen mit Dissens. Ähm, ihr könnt euch aussuchen, entweder zum Thema intern oder jetzt noch so ungefähr fünf, sechs Ideen zum Treffen. Ne, wir sind immer noch bei den Treffen jetzt, also immer noch bei den Treffen, es geht hier um Zeit und Ort. Und, ähm, nochmal auf meinen Einwand vorhin zurückzukommen, ich würde es gut finden, wenn wir diese Doodle-Geschichte machen würden, also das heißt, dass die, die jetzt hier sind, irgendjemand hat das gerade vorgeschlagen, ich, äh, blick da jetzt nicht mehr so ganz durch, ähm, dass wir ganz kurz mal das aufmachen vielleicht, den Link hier verteilen und dann mal gucken vielleicht, ob wir einen Termin finden, ja, das ist eine gute Sache, ich kenne die aus dem Studium und da sind wir immer gut mit übereingekommen, also es ist eine gute, gute Sache, also weiter Dissens mit dir. Also, und zwar ein kleiner, ähm, Erfahrungsaustausch und zwar hatten wir uns in Eisenach getroffen und da waren erfahrungsgemäß bei einer anderen Gruppierung bloß fünf Leute da, also so ein konstruierter Schnittpunkt Mitte Deutschland funktioniert erfahrungsgemäß nicht ganz so gut. Ähm, in Berlin hatten wir das Angebot fürs Friedens, ähm, für die Friedensgeschichte jetzt, ähm, eine Annäherung für die Kirche, die hatten auch jetzt das zweite Jahrestreffen für Facebook, äh, Treffen organisiert. Ähm, die Frage ist, ob die jetzt für Occupy so offen sind, ist, muss man dann abchecken, es ist auf lange Frist irgendwie eine Möglichkeit nochmal anzuknüpfen. Die haben Bereitschaft erklärt, sich der Friedensbewegung anzunähern. Ähm, dann hatten wir am Mittwoch auch die EZM-Demo, da waren ein bisschen, ähm, auch Leute aus einem etwas größeren Umfeld. Das wäre sozusagen die etwas pluralistischere Variante. Und dann noch für langfristig, äh, können wir uns vielleicht nochmal vornehmen, uns international zu verlinken. Technisch eventuell für diese Treffen. Ähm, YouTube hat jetzt die Möglichkeit zu streamen über dieselbe Technik wie bei Google Talk. Ähm, ja, das nochmal so zum Abschluss. Gut, ähm, dann korrigiert mich, der Chat geht hier schneller, als ich mir das manchmal merken kann. Ähm, ich glaube aber Ralf ist dran. Ja, ich habe ein paar Notizen gemacht, ich wollte mehrere Fragen. Und zwar, ähm, für die Organisation könnte sich ein Wiki eignen, wollte ich sagen. Dann wollte ich sagen, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, die den Konsens machen. Und wenn das nicht ganz möglich ist, wegen persönlichen, äh, Gepisse so, dann, äh, machen wir, äh, das am besten konsensorientiert. Äh, von Doodle halte ich deswegen wenig, weil es keine Konsensorientierung darstellt. Es gibt dieses Konsensieren.eu, das kann man auch darüber machen. Äh, äh, es kommen auch besser... Alter, eine große Scheiße geht mir verleiten Sack, ey. Äh, kannst dich bitte, äh, hinter anstellen mit deinem Redebeitrag. Ähm, ja, über das Entscheidungsverfahren müssen wir dann auch nicht irgendwie einig werden. Ähm, ja, und dann, äh, muss man schauen, jetzt nochmal zu den persönlichen Sachen, dass die persönlichen, äh, Animositäten rausbleiben, weil sonst wird das Projekt nichts. Ähm, ja, es wird auch nichts mit deinem Konsensieren. Und, äh, die Vollversammlungsgeschichte ist, äh, äh, Vollversammlungsgeschichte sich kurz als eine Facebook-Gruppe so, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, was da so in gemacht wird irgendwie und warum man das so, 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 so. Ich bin in meinen Augen und so, äh, äh, also ich, äh, äh, das war mal Stummschalten für meine, für meine Verhältnisse. Also gut, äh, ja, nächstes Mal wieder. Also wir kommen ja noch zu dem Thema, ähm, Scheidigkeiten. Da könnt ihr euch alle auslassen. Also wir, äh, ein Kollege von mir aus Akio Park Kiel, der Jakob, der sagt ja immer, wir müssen ja nicht alle Freunde werden. Ähm, vielleicht hat er damit nicht so ganz unrecht, obwohl ich sehe, dass anders, wir sind alles Menschen und ich, ich glaube, so unterschiedlich sind wir ja gar nicht. Wir haben ja ähnliche Ziele, von daher, egal wie der andere das andere durchziehen will, ähm, sollten wir uns da irgendwie einigen oder zumindest die Gesprächsregeln finden. Dann habe ich jetzt hier, das ist das, was ich sehe, Paulette, bitte, jetzt musst du mich, musst du mir mal ein bisschen helfen. Ich habe hier einen Einwand von den Agenten. Ich glaube, danach kommt der Gulli-Taucher, der hat ja auch ein CX-Gesetz, richtig? Ja, hatte ich wohl gesetzt, aber ich glaube, das kommt erst im nächsten Thema dran, aber okay. Okay, dann... Meiner geht an David Huppereich, der hat, äh, eben, äh, Zeitnot angemeldet. Ah ja, der hat auch ein CX-Gesetz, genau, ich sehe es, alles klar, weil es geht hier alles so schnell hoch. David, möchtest du was sagen, bevor du ins Bett gehst? Ja. Ja. Bitte, jetzt. Ja, ich bin leider relativ müde jetzt, ich habe, muss morgen wieder auf die Arbeit. Äh, ich wollte nur ganz kurz dazwischen werfen, ähm, ich habe das hier gepostet im Protokoll jetzt, wegen dem Occupy99.de Online-Magazin und wollte noch einmal darauf hinweisen, wir wollen mehr von den Gruppen vor Ort berichten, also jetzt Hamburg, Berlin, München, äh, und auch die kleinen Städte. Wir würden gerne international berichten aus Spanien, Griechenland, etc. Äh, äh, würden gerne positive Dinge und praktikable Alternativen berichten. Und hier an Video Atonale gerichtet ist, ah, da ist noch da, ich habe euch eine E-Mail geschickt, vielleicht dass wir hier auch, äh, zusammenarbeiten können. Und, äh, da haben wir halt jetzt immer noch Unterstützung suchen wollen, vorankommen mit dieser Online-Zeitung, oder Online-Magazin, äh, habe ich noch meine Kontaktdaten reingeschrieben, also David Huberich einfach an Facebook oder at gmx.de mich anschreiben. Und ich habe hier noch eine Facebook-Gruppe jetzt geöffnet für die Organisation.